Willkommen zu diesem Basiskurs Prozessmanagement, Ihren Einstieg zu mehr Effizienz am Arbeitsplatz. Mein Name ist Maike Kranz von 123 effizient dabei und in meiner beruflichen Laufbahn habe ich bereits acht Jahre lang bei verschiedenen Unternehmen gearbeitet und dort im Rahmen von Projekten Prozesse immer wieder dokumentiert, analysiert und vor allen Dingen auch verbessert. Seit 2006 bin ich nun selbstständig als Trainerin und Beraterin in vielen Unternehmen tätig und meine Teilnehmer freuen sich immer wieder von meinen Erfahrungen profitieren zu können. Am Ende dieses Kurses werden auch Sie in der Lage sein, die Prozesse in Ihrem Unternehmen zu verbessern, denn das ist ja enorm wichtig für Ihren Geschäftserfolg. Wie sagte schon Voltaire, nur der Bessere ist der Feind des Guten. Das heißt, nur wenn Sie immer wieder besser sind als Ihre Wettbewerber, werden Sie auch dauerhaft am Markt bestehen können. In diesem Kurs erzähle ich Ihnen Verschiedenes zu dem Thema Prozessoptimierung und Prozessmanagement. Das heißt, ich stelle Ihnen verschiedene Methoden vor, wie Sie Prozesse überhaupt erstmal aufnehmen und dokumentieren können. Ich werde Ihnen dort auch eine kostenlose Software empfehlen, die dafür sehr geeignet ist. Außerdem zeige ich Ihnen, wie Sie anhand von Kennzahlen Prozesse analysieren und überwachen können, ob Sie noch wie gewünscht funktionieren und wie Sie dann die Prozesse auch optimieren und anpassen können, damit Sie Ihren Geschäftserfolg weiter beibehalten können. Dieser Kurs wendet sich insbesondere an Führungskräfte und Sachbearbeiter und kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sich bisher nicht hauptsächlich um das Thema Prozessmanagement kümmern konnten und nun einen ersten Einstieg in dieses Thema gewinnen wollen.